So, wir sind ja immer noch auf den mittelalterlichen Ritterspielen in Burgdorf und ich habe noch nie eine Schlange so aus der Nähe gesehen, geschweige denn angefasst, darf ich sie einmal streicheln. Ich habe Reptilien zu Hause, ich habe Barthagamen, aber keine Schlangen, nee, Schlangen war ich immer noch nicht so begeistert von, aber ich würde sie gerne mal auf die Hand nehmen oder so, oder um Hals, beißt sie mich jetzt? Vielleicht, nein, beißt nicht, ne? Im Moment gerade nicht. Das ist eine? Kornnatter. Eine Kornnatter. Nattern sind immer nicht giftig, ne? Richtig, wirklich. Genau, nur die ist giftig hier, ne? Schön, ähm, das fühlt sich doch wohl, oder? Gar nicht so schlimm, wie ich dachte, ne? Also, ja, ach, das ist gar nicht, das fühlt sich gar nicht so, nö, wirklich, also gefällt mir sogar, ich glaube, ich will eine Schlange. Okay, passt doch gut zu Kornis. Ja. Ach so, Bartis. Und die brauchen halt nicht so oft essen wie eine Barthagame, ne? Also, so eine ausgewachsene Schlange ist dann alle zwei, drei Wochen mal ein Mäuschen. Na, die mag mich, ne? Ja. Schön. Alles klar, denn, äh, jetzt beißt sie mich gleich. Nein, sie riecht, sie riecht, sie riecht, sie riecht gerade sehr intensiv. Genau. Jetzt wirkt sie mich gleich. Okay, schönen Dank. Ja, kein Ding. Wolltest du mal abnehmen? Ja. Na, her.